Ja, herzlich willkommen hier zu diesem Video-Tutorial hier bei Flowies Corner. Wir haben uns heute eine Funktion ausgesucht, die ganz frisch in die FreeCat 019 hereingeschlüpft ist und die möchte ich euch gerne in diesem Video jetzt mal im Detail vorstellen. Worum handelt es sich? Ich habe es hier im Tab schon offen. Es geht um die Helix. Helix, eine Schrauben- oder Schraubenlinien. Zylindrische Spirale ist eine Kurve, die sich mit konstanter Steigung um den Mantel eines Zylinders windet. Hier sieht man dann ein paar Beispiele für eine Helix und dann im nächsten Tab habe ich auch schon den passenden Tab offen aus dem Wiki. Immer wieder wichtig, geht in die offizielle Dokumentation von FreeCat ins Wiki und lest euch da die Sachen durch. An dieser Stelle auch mal der Hinweis, hier kann man auch mitarbeiten. Man kann sich hier in dem Wiki auch anmelden und kann auch Sachen hinzufügen, korrigieren und einfach mitarbeiten. FreeCat ist ein Projekt, das vom Miteinander lebt. So, wir sehen hier, dass wir hier einmal eine additive Helix haben. Es gibt auch noch die subtraktive Helix zum Material entfernen. Hier kann man sich durchlesen, wie diese Helix funktioniert. Und was auch sehr nett ist, hier unten gibt es auch einige coole Beispiele, die ihr euch dann in Textform auch einmal anschauen könnt. Oder ihr bleibt einfach dran und schaut, was ich jetzt im Video so fabriziere. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir die aktuellste FreeCat Version haben. Also über Hilfe und über FreeCat sehen wir, wir sind hier bei der 019 Revision 23.970 aus dem Git vom 7. Februar 2021. Also quasi von vorgestern. Wenn ihr die Dinge hier aus dem Tutorial nachvollziehen möchtet, schaut bitte, dass eure Version genauso aktuell ist wie meine oder neuer. Aber nicht mit älteren Versionen. Dann wird das Ganze besonders bei so brandaktuellen Funktionen einfach nicht funktionieren. Zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass wir in der korrekten Workbench sind. Das ist hier die Part-Design-Workbench, in der wir uns heute aufhalten wollen. Dann innerhalb der Part-Design-Workbench brauchen wir zunächst mal einen Körper, also einen Body-Container, hinzufügen eines neuen Körpers. Unterhalb von diesem Körper machen wir uns eine Skizze. Wir wählen die XZ-Plane, also die XZ-Ebene aus und zeichnen darauf mal eine kleine Skizze. Ich würde jetzt einfach mal mit einem Rechteck starten. Wir zeichnen uns jetzt hier mal ein Rechteck hin. Und vermaßen dieses Rechteck mit 20 Millimetern in der Breite und 10 Millimetern in der Höhe. Wo haben wir das Rechteck jetzt hier angeordnet? Das spielt jetzt hier wenig eine Rolle, aber ich möchte ja, dass meine Skizze vollständig eingeschränkt wird. Deswegen selektiere ich hier noch die Abstände zur horizontalen und zur vertikalen Achse. Und dann gehe ich auf Schließen und habe meine Skizze vollständig eingeschränkt. Rechte Maustaste umbenennen und mache da jetzt einfach Profilhelix draus und Enter. Aus diesem Profilhelix kann ich jetzt schon direkt meine Helix erstellen, ohne dass ich noch irgendetwas sonst machen muss. Also diese Skizze selektieren, additive Helix auswählen und schon wird mir hier eine sogenannte Helix erzeugt, die sich um die vertikale Skizzenachse hier schlängelt. Das kommt daher, dass die vertikale Skizzenachse hier standardmäßig eingestellt ist. Hier könnten wir auch andere Dinge einstellen, wir könnten auch eine eigene Achse definieren, aber das passt jetzt zunächst einmal. Wir haben im Mode, also im Modus, haben wir verschiedene Optionen, wie die Helix generiert werden soll. Wir haben einmal Pitch, Height, das bedeutet so viel wie Steigung und Höhe. Wenn uns interessiert, was es mit dieser Steigung auf sich hat, dann finden wir das auch im Wiki. Also Steigung ist beispielsweise von dieser Oberkante hier bis hier oben hin. Das ist dann eine Steigungslänge. Die Höhe bezeichnet, wie hoch diese gesamte Helix wird. Also wenn wir jetzt hier eine Height hätten von 150 zum Beispiel, dann seht ihr mit einer Steigung von 11 geht es jetzt bis in die Höhe 150. Dementsprechend deutlich mehr Wicklungen. Wenn wir das definieren möchten über Pitch and Turns, also wir haben eine Steigung, lassen wir die mal bei 11 Millimetern und wollen jetzt aber, dass die Helix zum Beispiel 5 mal sich dreht, geben wir hier 5 ein und dann seht ihr, dann verlängert sich hier die Gesamthöhe. Die dritte Möglichkeit ist, die Höhe und die Wicklungen anzugeben. Das heißt, wir geben einfach eine gesamte Höhe ein von 150 zum Beispiel und das Ganze teilt sich jetzt auf 5 Wicklungen auf. Da können wir jetzt aber hier auch zum Beispiel sagen, wir wollen das Ganze nur 2 mal wickeln. Also der dreht sich jetzt hier ein, 2 mal rum oder sogar nur einmal. Also um 150 Millimeter zu überwinden, dreht er sich nur ein einziges Mal um die Achse. Sieht jetzt schon komplett anders aus von der Helix her, aber alles mit diesem Befehl hier leicht zu erreichen. So, dann stellen wir das hier mal nochmal auf 4, dass wir hier so ein bisschen mehr den Standard in einer Helix drin haben. Dann haben wir hier noch verschiedene weitere Möglichkeiten. Wir können mal noch Left-Handed machen, dann dreht sich die Helix genau umgekehrt und bei Reverse wird sie nach unten. Also nicht nach oben, sondern die Helix geht dann nach unten. So, und um den letzten Befehl hier zu zeigen, hier diesen Cone-Angle, da machen wir noch was anderes. Da ändere ich kurz mal die Geometrie hier von meinem Profil-Helix ab. Ich starte jetzt in einer Skizze, in der ich einen Kreis habe mit 6 Millimetern Durchmesser und 50 Millimeter von der vertikalen Achse hier entfernt. Auf diesen Kreis wende ich jetzt wieder das Helix-Kommando an und drehe mich jetzt wieder um die vertikale Skizzenachse oder auch die globale Base-Z-Achse. Das kommt nämlich auch selber heraus. Und da gehe ich jetzt auch wieder nach Height-Turns. Also ich will vorgeben, wie hoch das Ganze wird und wie oft ich mich drehe. Wir sagen jetzt einfach mal, dieses Teil soll 120 Millimeter hoch sein. Und ich möchte mich drehen, ja, vielleicht einfach mal 6 Mal. Dann finden wir hier die Einstellung Cone-Angle. Das heißt so viel wie Winkel eines sich vorgestellten Kegels. Aktuell ist das Ganze ja zylinderförmig, aber wenn wir jetzt hier einen Kegel hätten von, ich sage jetzt einfach mal 15 Grad zum Beispiel, ich gebe hier mal eine 15 ein, dann fächert sich das Ganze hier so nach oben gehend aus. Ja, wir können da auch negative Werte eingeben, zum Beispiel minus 10 Grad. Dann wird das Ganze nach oben hin schmäler oder minus 15 Grad zum Beispiel auch. Und dann sehen wir, dass diese Helix nach oben sich verjüngt. Gibt es auch mit Sicherheit ganz nette Anwendungsmöglichkeiten, die uns dazu einfallen. Das war jetzt das erste Modell, das ich mit euch bauen wollte. So eine kleine Spirale, die sich nach oben hin verjüngt. Jetzt mit einfach ein paar wenigen Klicks zu machen. Also speichere ich ab. Kommen wir zur nächsten Beispieldatei. Also neue Datei anlegen auf unbenannt, neuen Körper im Part-Design. Und dort gehen wir dann auf den Origin, Leertaste einblenden, auf die XZ-Plane und dort auch wieder auf eine neue Zeichnung. Dort legen wir uns jetzt hier mal so ein kleines, aber feines Profil an. Hier mit dem Linienzugbefehl. Hier so ein bisschen sowas in U-Form soll das Ganze nachher haben. Ein paar Klicks hier absetzen. Und dann sieht das Ganze schon manierlich aus. Ich scrolle ran mit dem Mausrad und muss jetzt diese Seite hier mal noch auf Horizontal setzen. Dieser Seite hier gebe ich schon mal eine Länge. Sagen wir einfach mal 60 Millimeter. Jetzt springt hier die Skiz ein bisschen rum. Ihr seht das, aber das können wir ganz einfach reparieren. Hier wieder korrekt ziehen. Dann geben wir dem hier auch einen horizontalen Abstand. 4 Millimeter. Klicken die und die Linie an und sagen, dass diese beiden Linien gleich lang sein sollen. Dann können wir auch noch was Nettes machen. Wir können jetzt diesen Punkt und diesen Punkt auswählen und können einfach sagen, die sollen horizontal zueinander ausgerichtet sein. Können wir uns die Hilfslinie nämlich sparen. Jetzt haben wir noch 4 Freiherzgerade. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir wissen nämlich noch nicht hier die Gesamthöhe. Das sind 15 Millimeter. Und wir wissen noch nicht diese Bodendicke. Ja, da selektieren wir dann auch einfach diese beiden Punkte hier und sagen, in vertikaler Richtung ebenfalls 4. Jetzt dürften noch 2 Freiherzgerade offen sein. Genau, weil nicht definiert ist, wo meine Skizze liegt. Ich selektiere mir einen Eckpunkt und die Horizontalachse und sage Punkt auf Element festsetzen. Und jetzt einfach noch die Distanz hier von diesem Ursprungspunkt bis zur Ecke hier. Horizontale Richtung 120 Millimeter. Und okay. So. So, nachdem wir unser u-förmiges Profil gezeichnet haben, wollen wir loslegen und wieder eine Helix anwenden. Wir blenden uns den Origin ein. Also Origin anklicken, Leertaste drücken. Und dann haben wir hier die Bezugselemente. Wir wählen die X-Achse hier aus. Also X-Axis. Und sagen, neue Bezugslinie einfügen. Die wollen wir in Y, also in lokaler Koordinaten, in lokaler Y-Richtung um 120 Millimeter verschieben. Das bedeutet, wir nehmen einfach diese X-Achse und schieben die hier so nach oben. Hier ist die jetzt. Die ist gelb. Das heißt, die sieht man nicht so gut. Die können wir uns auch noch einfärben. Also Datum Line hier auswählen, Darstellung, Transparenz nur noch auf 10 setzen zum Beispiel. Und die Flächenfarbe auch jetzt mal in was Knalliges. Zum Beispiel hier so eine Rot. Und dann können wir diese Achse auch gut erkennen. So. Und ja. Wir blenden den Origin aus. Auswählen, Leertaste drücken. Und haben jetzt hier unsere Datum Line, die in X-Richtung geht. Und nach oben verschoben ist. Und unser Profil. Wenn wir das Profil nun auswählen und wieder eine Helix anwenden, bekommen wir standardmäßig jetzt erstmal so etwas raus. Das sieht auch jetzt schon wieder aus wie so eine Schraubenfeder. Mit dem einzigen Unterschied, dass es eben jetzt eher so unser U-Profil ist. Aber ansonsten kommt es auch das gleiche raus. Also wer irgendwie mal so eine Bahn für Modellautos bauen möchte, die hier so runterläuft, der ist jetzt hier schon richtig. Und genau so etwas ähnliches bauen wir nämlich jetzt auch. Wir wählen jetzt statt der vertikalen Skizzenachse unsere Reference, also Select-Referenz aus, unsere Achse hier. Und drehen uns auch nur einmal. Also 150 Millimeter, das jetzt nicht ganz so krass ist. Ja. Und schon hätten wir hier einen Looping erzeugt. Ja. Da steht doch auch dem Matchbox-Auto-Looping nichts mehr im Wege. Was wir hier einfach auch wieder mit so einer Helix bauen können. Okay. So und das nächste, was ich zeigen möchte, das habe ich schon vorbereitet. Jetzt mache ich mal so auf Hobby-Tek, Jean-Pütz. Das habe ich für euch schon vorbereitet. Wir gehen auf Öffnen und das Ganze habe ich Bohrer genannt. Das ist hier dieses schöne Teil. Da sind Sachen drin, die uns jetzt erstmal nicht interessieren. Deswegen gehen wir hier mal zurück auf die additive Helix. Sagen Spitze festlegen und sind jetzt im Helix-Zustand. Wie habe ich dieses Teil denn hier erzeugt? Ich klappe das Ganze mal hier auf und gehe auf den zugrunde liegenden Sketch drauf. Hier habe ich eine etwas komplexere Skizze angelegt, die ich jetzt nicht live in diesem Video hier konstruieren wollte, weil die dann doch ein bisschen aufwendiger ist. Ist jetzt einfach nur frei Schnauze nachgemalt, wie ich in einem technischen Handbuch ein Profil eines Bohrers gesehen habe. Das trifft jetzt nicht komplett die korrekte Geometrie eines Bohrers. Das ist vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter, aber vom Prinzip her geht es in diese Richtung. Dieses Teil habe ich dann gedreht, wie ihr seht hier. Diesen Bohrer. Dann habe ich hier halt noch aus Gag oben ein kleines Pad dran gemacht für den Schaft des Bohrers und unten noch einen Groove, um hier unten halt noch den richtigen Winkel hier zu anzufügen. Das heißt, so ein Bohrer ist auch mittlerweile ganz einfach möglich über unser Tool hier. So, und das letzte, was wir jetzt tun wollen, ist ein Außengewinde erzeugen, neue Datei, neuer Body und innerhalb dieses Bodies zeichne ich mir einfach auf den Origin, auf der XY Plane eine neue Skizze hin. Mache mir hier einen Kreis drauf, vom Durchmesser 50 mm schließen, aufpadden, 150 mm hoch und dieses Teil kriegt jetzt gleich ein Außengewinde. Dazu wähle ich die XY Plane aus, neue Skizze und zeichne mir jetzt hier mal testweise ein Gewinde hin. Wir starten beispielsweise jetzt mal hier unten. Setzen die Seiten gleich lang und vergeben jetzt hier noch unsere Maße in vertikaler Richtung 5 mm und jetzt ist noch der Abstand wichtig hier zum Zylinder hin. Es wäre jetzt nicht so gut, wenn hier Luft dazwischen ist, also zwischen Zylinder und Gewinde und was auch immer schwierig ist in FreeCAD, ist, wenn die sich genau hier in einer Ebene treffen. Das heißt, der Abstand jetzt hier zum Mittelpunkt wäre irgendwie gut, wenn der so 24,5 zum Beispiel hat und fertig. So, und aus dieser Sketch 01 kann ich jetzt auch wieder eine Helix hier erzeugen, wunderbar. Die lasse ich dann auch über die komplette Höhe hier gehen, 150 mm und drehe mich von mir aus 8 mal. Und habe jetzt hier mit ein paar Klicks ein Außengewinde an den Zylinder angelegt. Natürlich ist das hier oben und unten noch nicht ganz sauber, also mit dem Gewinde Ein- und Auslauf hier. Aber da gibt es dann Möglichkeiten, das Ganze abzuschneiden oder zu trennen, zu trimmen. Da müsst ihr selber dann mal ein bisschen ausprobieren. So, und nun im letzten Schritt machen wir jetzt noch eine neue Datei und machen genau das Gegenteilige. Also wieder eine Skizze auf XY, dort zeichnen wir uns ein Rechteck hinein und in das Rechteck hier einen Kreis rein. Selektieren diese beiden Punkte hier und die vertikale Achse, gehen auf symmetrisch, geben dem Teil hier einen 120er horizontalen Abstand und einen vertikalen von 40, vermaßen den Kreis hier mal noch mit 40 mm Durchmesser. Und jetzt fehlen eigentlich nicht mehr so viel. Jetzt müssen wir noch mal wieder den guten alten Trimbefehl hier bemühen. Trimmen, machen wir hier innen drin den Kram weg. Und hier außen ebenfalls und haben jetzt hier so einen kleinen Klotz hier erzeugt, den wir uns aufpolstern. 100 mm. Und in dieses Teil wollen wir jetzt ein Gewinde hinein erzeugen. Also ich nehme ja zunächst mal hier diese beiden Kanten und mache da noch eine Kantenschräge dran. So, vielleicht 8 mm, wobei 8 mm ist schon krass. Einfach mal 5 mm, blende mir jetzt den Origin ein, Leertaste und fange an jetzt erstmal hier zu zeichnen. Ich wähle jetzt die XY Plane, einfach mal testweise aus. Neue Skizze und fange jetzt an mir das Gewinde hier testweise mal hier reinzuschneiden. Zeichne mir jetzt mit dem Linienzugbefehl hier auch ein Dreieck hin auf diese horizontale Achse. Wieder gleichsetzen der Kanten. Das ist eigentlich genau das gleiche wie vorhin. Und jetzt machen wir das Ganze mal noch ein bisschen ausgefeilter. Also wir wollen jetzt hier vorne mal noch eine Kantenverrundung dran anbringen. Müssen gucken, dass jetzt hier der Nullpunkt, also der Mittelpunkt des Kreises hier auf der horizontalen Achse verbleibt. Und ja, jetzt müssen wir einfach nur noch schauen, dass hier sauber das Gewinde reingeschnitten wird. Und wir geben mal einen Radius hier vor, beispielsweise von 2 mm. Jetzt ziehen wir das einfach noch so ein bisschen näher hier ran und klicken mal diesen Punkt und diesen Punkt hier an. Machen einen horizontalen Abstand von, ich sage jetzt mal 15 mm. So, vermaßen wir die Sketch mal hier zu Ende. Also hier unseren 2er Radius haben wir. 15 mm hier zur vertikalen Achse. Dann vermaßen wir mal noch den Radius, den Kreismittelpunkt hier zur vertikalen Achse hin. Machen wir mal 22 mm und schließen das Ganze. Jetzt haben wir hier auf der Y-Achse hier meine Skizze. Nenne ich mal um. Gewinde, Schneider zum Beispiel. Und jetzt einfach mal mutig sein. Gewinde, Schneider wählen wir aus. Gehen hier jetzt auf die subtraktive Helix. Kurz warten. Man sieht dann gleich die Vorschau, wie er hier so reingeschnitten wird. Höhe ist jetzt hier natürlich etwas zu gering. Deswegen hier ruhig mal die volle Länge ausnutzen. 150 mm. Und ansonsten würde ich sagen, passt das Ganze doch. Wir gehen dann mal auf OK. Und haben jetzt hier unser Gewinde reingeschnitten. Also von Hand ein Innengewinde erzeugt. In meiner Fläche hier. Dies ist jetzt einfach nur ein Spezialgewinde, das ihr euch da drüber erzeugen könnt. Über die subtraktive Helix. Ihr habt die Möglichkeit hier in dieser Skizze genau die Form des Gewindes auszuwählen. Ihr könnt dann über die Helix, über die Steigungsparameter, könnt ihr beliebig hantieren, um euch euer Gewinde der Wahl zu konstruieren. Wer mit Normgewinden arbeiten möchte, ist allerdings sowieso viel besser aufgehoben, wenn er hier im Add-on Manager unter Werkzeuge geht und dort auf die Fast in das Workbench geht. Dort können wir sehr gut verschiedene Schrauben, Muttern, Elemente erzeugen und auch Gewinde erzeugen. Also Normgewinde, da müssen wir das nicht von Hand erzeugen. Aber zum 3D-Drucken oder wer wirklich sein Gewinde hier nach Gusto benötigt, der kann das hier auch mitmachen. So, jetzt haben wir noch ein Innengewinde erstellt. So, kurz zusammengefasst. Wir haben hier eine Spirale erzeugt. Wir haben einen kleinen Looping gemacht. Ich habe euch gezeigt, wie man so einen Bohrer selbst anlegen könnte. Ein kleines, weniger schönes Außengewinde hier an den Zylinder dran geklatscht. Und noch ein Innengewinde geschnitten. Ich denke, das waren jetzt einfach mal fünf verschiedene kleine Beispiele, was man alles so tun kann mit der neuen Helix-Funktion, sowohl Additiv als auch Subtraktiv hier in FreeCAD. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt was gelernt. Um solche Videotutorials zu produzieren, die auch aktuelle Funktionen und Neuerungen von FreeCAD zeigen, bin ich auf die Unterstützung meiner Community angewiesen, da ich in diesem Kanal komplett ohne Sponsoring und komplett ohne Produktwerbung, also Affiliate-Links etc. arbeite. Das bedeutet, wenn Sie mich und meinen Kanal weiter unterstützen möchten und Spaß an diesen kostenfreien Videotutorials haben, freue ich mich sehr über Ihre Unterstützung. Vielen Dank, macht's gut, euer Flowey und tschüss.